Der kann vielleicht kann er nur spectaten aber das ist auch alles was er kann. Der kam rein kriegen raus wieder. Vielleicht wird er auch direkt wieder gekickt. Wiesel, David, Killer. Sehr schön. Wo ist er denn? Nein! Ah fuck! Daneben! Nein! Nein! Super! Du hast ja ein bisschen zu spät reagiert. So wieder mit dem Hintern. Gut versucht Schmiele. Oh, ein Grönchen hat sie. Bleib mal hinten. Oh oh. Arial, hit! Ja! Komm! Oh! 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 Was? Boah, wie hast du den gemacht? Können! Magic! Oh, er ist knapp! Ja, der war sehr knapp! Der war sehr knapp! Immerhin! Ich bleib kurz. Oder so. Oh, ach so. Ich dachte, das war schon mal an dem Team, Entschuldigung. Das wird mich noch ein bisschen. Hui, schön. Ah! Geh weg, Wiesel! Ey! Vorsicht, Junge! Aua! Piss dich! Schön nach vorne! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh, scheiße! Ah, hätte ich ihn nicht! Ja, ja! Ja! Ich bin die Pistie vom Tor! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ich bin die Pistie vom Tor! Ja, ja! Nein! Tor! Tor! Nein, nein! Das war eine Latte. Das war eine Latte. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Bot! 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 Mach was! Bot sei nicht nutzlos! Was macht unser Bot, Alter? Der macht nicht... Er steht halt einfach rum... Riefft dein Leben. Der denkt sich so... Der denkt sich so... Oh, ist das ein schöner Ball?! Was mach ich mit dem Ball? Wie Dori, Alter. Hat's vergessen, was das tun hat. Oh, Schmiele! Man! Vielleicht kann er ihn ja mit Walisch überzeugen, wegzubleiben. Ui, doch! Ja, ja! Ui, doch, ui! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja! Haut rein, das Ding! Haut rein! Nein! Nein! Oh, Alter, der Botch macht noch was. Er ist aufgefahren. Das ist garantiert sein erster Ballkontakt. Im ganzen Match. Mitte, 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 Mitte! Ja! Ja! Schön gespielt. Schön auch David aus dem Weg gefahren. Ja, David, du baust weg mit dir. Geh weg! Ich bleib hinten. Die letzten anderthalb Minuten. Ah. Au! WTF? Fuck! Geh weg, Weasel! Mitte! Ah! Ah! Uff! Au! Ich hab kein... Ich hab kein... Ich hab kein... vorgehabt, sonst hätte ich den viel schneller geschossen. Was macht unser Bot eigentlich die ganze Zeit? Wir schauen dir durch, Kati! Gar nicht! Nein, nein. Drei Leute waren vorne. Er war... Er war im Tor. Nein! Ja, er ist... Er ist zumindest dynamisch, was das angeht. Ja. Das heißt, wenn wir vorne sind, steht er im Tor. Weil hinten war jemand im Tor von euch. Auf einmal war er vorne. Nein, Schmiele. Ich bin hier drüber. Nein! Ah, fuck! Oh, sorry! Kein Problem! Schön! Schön! Nein! Doch! Echt! Die schönste Chance! Ah! Irgendeiner hat mich weggeschaut, die Scheiße! Tor! Tor! Nein! Boah! Ah! Der wäre noch rein! Ja, aber ich hab ihn noch abgebremst, dass er da vorne noch auf dem Boden aufkommt! Schönes Ding! Schönes Ding! Guck mal, mein Auto! Ich hab den Boden nicht abbekommen! Hat sich ausgedreht! Huah! Auto! Ah, sehr schön! Ballgröße klein! Ich läuf ihn ab! Jaaa! Oh nein! Ja, scheiße! Kati ist ja kurzsichtig! Kannst du dir das nur antun! Ich bin jetzt Hallo! 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 Was? Durchsichtig? Was hast du geraucht? Was? Was? Ich hab kurzsichtig gesagt! Was hast du geraucht? Ich hab verstanden! Kati ist durchsichtig! Darauf frage ich dich! Was hast du geraucht? Nein, sie ist kurzsichtig und sieht den Ball nicht! Schön, Dev! Schön! Oh, schön! Das Problem ist, ich bin wirklich kurzsichtig! Na ja, du, du! Guck jetzt rein! Oh, Toni, rein! Und Kati hat ihn noch abkassiert! Oh, schick dich, Kati! Du hast ihn geklaut! Ja, die war genau vor dem Ball! Deswegen hat sie ihn noch gesehen! Guck, wie sie ihn klauen! Guck, wie sie ihn klauen! Guck, wie sie ihn klauen! Ey, Scheiße! Ja, ja! Dann hat sie den grad nochmal geklaut! Das ist doch nicht zu fassen! Da macht die einen auf Thomas Müller, ey! Ist er schwerer, Donnie? Äh... Nein! Sehrer? Nicht! Alles identisch, nur halt klein! Ja, uh, Scheiße! Da geht's! Was ist da passiert? Ja, ich bin raus aus dem Tor! Hätte ich nicht machen dürfen! Ich habe ihn vorbeigeschossen, ja! Wie lange hat er da reingekullert? Ja, 52 Kilometer pro Stunde nur! Ich bleibe mal kurz! Gut Ding hat Weile! Willa hat mir den First Contact geklaut! Ja, du bist zu langsam! Oh Mann, das... Arme Aurole! Äh, Bällchen! Sieht schon süß aus! Hoppla! Hoppla! Nein! Nein! Das gibt's doch echt nicht! Gott! Das gibt's doch nicht! Oh, sorry! Ah, verpasst! Jaaa! Pfff! Was passiert hier? Was passiert hier? Nein! Jaaa! Die Folter! Nein! Das war gigantisch! Das war gigantisch! Der Safe war gigantisch! Ja, feg dich doch, Mann! Hoppla! Ähm, okay! Okay! Hehehe! Oben drüber ist mir! Heja! Geh, 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 geh! Oooo! Oh Gott! Gatiii! Gut! Jaaa! Hehehe! Gut gefallen! Gut gefallen! Oh oh! Ah, fuck! Sehr schön, Donny! Ich bin ein Killer! Was machst du, Peter? Woll vorbeifliegen! Aua! Jaaa! Jaaa! Sehr gut! Wow! War genau unter ihm! Schade! Oh, ich brauch mal ein paar Pringles, ey! Schade! 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 Zum runterkommen von Pringles! Geht vor! Product Placement! Da stand ich richtig gut, Mann! Ich bin nicht von Pringles bezahlt worden! Das ist doch gut so! Wir auch nicht! Grüß, Max! Hallo, Max! Kommt gleich wieder! Wer auch immer die Dinger herstellt! Oh! 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 Man hat mich von hinten an geschubst! Und ich rein! Hoppala! Verzieh dich! Nein! 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 Sehr schön! So, jetzt noch drei Tore und wir haben gewonnen! Schön! Krötentor! 20 Kilometer pro Stunde! Ja! Au! Moin! Ein Schildkrötentor! Das hatte ich ja noch nie! Ja! Oh! Wow! Direkt auf Sturm! Sag jetzt! Ein Einhorn gesehen! Ja! Fuck! Fuck! Was machst du da?! Was machst du da?! So ne eigene Sprache! Nein, Cathy! So ist das nunmal, Cathy! Die Männer zeigen Emotionen! Da kommt immer die eigene Sprache! Hup! 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 Watt hier! Ey! Watt Eigentor! Ich krieg die Mannen erst durch genug an! Watt Eigentor! Ich komm nicht mehr klar! Ich komm nicht mehr klar mit der Welt! Ja man, dann hol die doch nicht rein! Du arm Kakao oder so! Wer? Du? Männer! Die Mannen suchen! Huda! Der war geil! Der war geil! Ich bin einfach nur drauf! Zabuum! Scheiße! Ja, ich habe auch ordentlich gewusstet, dass ich den noch erwische! Ja, fuck! Jawohl! Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Fuck! Weißt du, schmalzen! Wir haben halt das für sie gelassen! Also ich dachte, das wäre ein Eigentor gewesen von mir! Ich habe da jetzt so einen Witz auf Lager! Der ist eigentlich... Ne, wir wollen ihn nicht hören! Doch! Doch! Egal, ich vergiss das! Ich erzähle ihn nicht! Sorry! Zicke! Ein Deutscher und ein Franzose sitzen in der Bar! Sagt der Franzose, wollen wir über Fußball reden? Sagt der Deutsche, nee! Wollen wir über Sex reden? Sagt der Deutsche, ja können wir! Sagt der Franzose, wir haben euch gefickt! Haben wir euch! Gefickt haben wir euch! Wer hat denn da im Hintergrund so gelacht? Rapture France! Juhu! Juhu! Max? Ja?